Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Schlichter Spruch, Bauhauptgewerbe vor Gehaltserhöhung, Schlichtungsprozess. Endergebnis, steigender Lohn für Arbeiter im Bauhauptgewerbe. Das Tauziehen um den Lohn im Bauhauptgewerbe hat endlich ein Ende gefunden. In einem Schlichtungsverfahren wurde entschieden, dass die Arbeiter im Bauhauptgewerbe mehr Gehalt bekommen sollen. Nach Monaten der Verhandlungen und Auseinandersetzungen haben sich die Gewerkschaften der Bauindustrie und der Bundesverband der Arbeitgeberverbände im Baugewerbe auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Eine Schlichtungskommission unter der Leitung des früheren Bundesarbeitsministers und Schlichters Wolfgang Clement hat einen Vorschlag vorgelegt, der sowohl von den Arbeitgebern als auch von den Gewerkschaften angenommen wurde. Die Einzelheiten der Abmachung. Nach der Einigung erhöhen sich die Löhne der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe ab dem kommenden Jahr um durchschnittlich 3%. Darüber hinaus enthält der neue Tarifvertrag Verbesserungen für Auszubildende und Langzeitbeschäftigte. So wird zum Beispiel das Urlaubsgeld für Auszubildende erhöht und die Regelungen für die Übernahme von Auszubildenden nach der Lehre wurden verbessert. Für die Arbeitgeber bedeutet die Einigung eine größere Planungssicherheit und Kalkulierbarkeit der Lohnkosten. Durch die schrittweise Anhebung der Löhne über die nächsten Jahre hinweg sind die Kosten gut planbar. Darüber hinaus sichert der Tarifvertrag die Wettbewerbsfähigkeit der Branche, indem er faire und transparente Löhne gewährleistet. Reaktionen auf die Abmachung. Die Reaktionen auf den neuen Tarifvertrag sind überwiegend positiv. Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und auch die betroffenen Arbeiter im Bauhauptgewerbe begrüßen die Einigung. Sie sehen in der Anhebung der Löhne ein wichtiges Signal für die Wertschätzung der Arbeit und die Bedeutung der Branche. Gleichzeitig warnen Kritiker davor, dass die Kosten für die Lohnerhöhungen letztlich von den Bauunternehmen auf die Kunden umgelegt werden könnten. Dies könnte die Kosten für Bauvorhaben erhöhen und den Wohnungsbau weiter belasten. Insgesamt kann die Einigung allerdings als ein Meilenstein in den Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe gesehen werden. Es ist zu hoffen, dass sie zu einer besseren Arbeitsatmosphäre und besseren Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in der Branche führt. Quellen, Verband der Bauindustrie, Bundesverband der Arbeitgeberverbände im Baugewerbe, Gewerkschaften der Bauindustrie. Verfasst von Anita Farke, Freitag, 19. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören.